Stier, Liebe. Der Stier muss sich auf einen rasanten Mai 2024 einstellen, denn Venus, sein Geburtsstern, und Pluto gehen am Himmel eine feurige Liaison ein. Am 1.5. steht Venus im Quadrat zu Pluto. Da kann es leicht zu Streit, Wut und Entdeckungen kommen, denn Pluto bringt jetzt verdrängt es ans Licht. Auch könnten sich solide gebundene Stiere fragen, ob das wirklich schon alles war an Beziehung und ob sie nicht etwas verpasst haben. Riskant für das Vertrauen. Mitte Mai rufen Merkur und Pluto sie dazu auf, gründlich nachzuforschen, was ihrem privaten Beziehungsglück denn wirklich im Weg steht. Am 18.5. steht Venus dann in Konjunktion zu Uranus und hilft ihnen, kreative neue Lösungen anzudenken. Das Suchen nach dem Fehler im System lohnt sich, denn am 23.5. steht Venus im Sextil zu Neptun. Träume können wahr werden. Am 25.5. steht Venus im Trigon zu Pluto und bringt nochmals Liebe und Leidenschaft in ihr Leben, wobei es auch zu Überraschungen kommen kann. Beruf. Sie haben ab der Monatsmitte die besten Chancen auf eine Konsolidierung im Beruf. Alles, was Anfang des Jahres aus dem Ruder gelaufen ist, kriegen sie jetzt wieder richtig ein. Am 15.5. wechselt Merkur in den Stier und macht genau das, was sie sich so lange gewünscht haben. Sicherheit bringen, die Verhältnisse ordnen. Aber der Merkur im Stier ist langsam, also erwarten sie bitte nicht gleich ein Wunder. Am 17.5. steht Merkur im Quadrat zu Pluto und kann Spannungen am Arbeitsplatz bringen, sowie auch schwierige Kommunikation, ungeeignet für Verhandlungen. Am 23.5. steht Jupiter dann im positiven Sextil zu Neptun und kann Gerechtigkeit in Verträge bringen, ob am Arbeitsplatz, im Kreditinstitut oder bei Miet- und Kaufsachen. Gesundheit. Am 8.5. ist Neumond mit Sonne und Mond im Stier. Das ist ein Schwächetag für sie, an dem sie vielleicht früh ins Bett gehen wollen. Denn sie spüren die energetische Veränderung und haben wenig Energie, um den Tag anzugehen. Jedoch ist der Mai abgesehen davon ein starker Monat für ihre Gesundheit, da Venus gute Aspekte hat. Spirituelles. Am 23.5. steht Venus in Konjunktion zu Jupiter. Das ist eine schöne Konstellation in der Astrologie. Großes und kleines Glück. Sie erleben jetzt endlich, wie Belastungen mal von ihnen abfallen dürfen und sie sich richtig angekommen fühlen im Leben. Jetzt am 23.5. erfahren sie auch, warum es eine spirituelle Tugend ist, dankbar zu können. Ein Dankbarkeitsjournal wäre jetzt das Richtige.